Oh ja, das war aber richtig geil. Das war richtig geil, vor allem wenn wir den Erfolg hier geschafft haben, werden wir das Rätsel so locker schaffen, weil es gerade irgendwie zu hoch für mich ist. Haben wir irgendwo eine Sprungklappform oder so? Nö, ne? Nö. Aber ich hab ja eine Sprungklappform. Ach, da hinten ist eine Sprungklappform, sag mir das doch mal, Alter. Da auch. Oh. Hey, jetzt, 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 Junge, jetzt nimm mir doch nicht meine Sprungklappform weg. So, okay, musstest du. Jetzt muss ich wieder ganz zu dir laufen, Alter, das ist immer die Scheiße, wenn man auf die Portale von jemand anderem angewiesen muss. Wow, fuck, wo geht's denn hier lang? Oh, da auf jeden Fall nicht. Ja, vor allem sind deine Portale weg und ich häng da hinterher und ich komm nicht rüber ohne deine Scheißportale. Also, hier sitzt... Ey, so, oh, fuck, nein, oh, komm, warum denn das, das ist doch verarsche, warum flieg ich da nicht mal ordentlich, ey, das kann doch nicht dein Ernst sein. So, ich habe es hier gesetzt, jetzt müsstest du durchkommen. Mach, zieg durch. Ja, jetzt entspann dich doch mal meine Fresse, ich muss erst mal das Scheißportal hier treffen, Alter, ey. So, hüpf, 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 ich bin oben, nice. Ey, warte ersten, nein, 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 da, 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 da. Ach so, wo bist du denn? Ach so. Nee, geh doch einfach durch. Nee, nee, geh nicht. Ja, ist gut. Ich bin dumm. Danke. Ey, willst du nicht den Würfel eng auf. Wo ist denn der Würfel? Da ist doch das Feld für Würfel. Wir brauchen einen Würfel, Enzo. Wir brauchen einen Würfel. Nein, was bringt ihr das hier? Wir haben ja alles da vorne. Das ist ein Schalter für einen Würfel. Das wäre super, ne? Oh, Enzo. So. So, jetzt muss ich wieder rüber und mein Scheiß noch. Oh, los. Enzo. Oh ja. Voilà, wunderbar, Alter. Traumhaft, ey. Das sah richtig... Das sah wunderschön aus. Ein, ein, ein Wunderwerk der Wissenschaft. Uh, ich liebe diese Sprungflattform. Die Schocken voll. Sehr gut. Okay, hier kann ich kein Ding so machen. Das ist ja scheiße. Auf. Gut gemacht. Alles läuft wunderbar. Alles läuft wunderbar, ja. Sag mal. Äh, wie komme ich denn da lang? Sehr gut. Warum? Warum trifft er nicht? So, um eine Plattform kann ich da hin? Das wäre voll geil, wenn er um eine Plattform wäre jetzt. Du bist auch jetzt einfach nur der Schaltermeister, ne? Du kümmerst dich um nichts anderes außer deinem verficken Schalter. Oh, guck mal, was ich hier gebastelt habe. Guck mal, was ich hier gebastelt habe, Enzo. Guck dir das mal. Mach mal mit. Mach mal mit. Ich glaube, ich muss das Ding auch machen. Jetzt da jetzt. Ah, okay. Ja, dann, 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 warte. Wann, wann, wo, wo kommt das raus? Weißt du nicht, wo es rauskommt? Ja, jetzt mach dich, gell? Ja. Oh, fuck, da bist du ja. Esser, Alter. Du kannst mich nicht immer so erschrecken. Zack, wie komme ich da wieder raus aus dem Kontrollsitzkreis? Äh, dem nicht. Okay, ich hab's geschafft. Ja. So, du bist weiter drin, das mache ich jetzt. Uuuuh. Äh, Achtung. Jetzt da? Ah, fuck, ist spät. Ah, ich hab gar nicht aufgepasst, sorry. Jetzt da jetzt. Zack. Von wo kommt der denn? So, okay. Jetzt direkt vor dir. Ja, gut. Ich, ich, äh, war jetzt gerade oben. Und zack. Wunderbar. Ah, fuck. Nein, 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 nein. Ich bin hier. Nein. Ah, Scheiße, jetzt bin ich wieder reingespringen. Hey, nice, so. Wir haben es geschafft. Wunderbar, heute. Uuuh. So, Würfel in den Würfelbehälter. Ja, so ungefähr und dann sind alle glücklich. Äh, nein, natürlich nicht. Ne, weil Wissenschaft, das ist, wenn du Wissenschaft machst, dann tötet dich das. Ganz einfach. Wissenschaft ist gleich tot. So, das war auch schon der letzte Test. Jetzt haben wir eigentlich nur noch diese Bonusstrecke. Hä? Hä? Äh? Äh? Oh, shit, das wird ja geil. Okay, Enzo, äh, setzt dein zweites Portal mal da auf dieses gekachelte, dieses feiner gekachelte. Ja, ganz genau. Und auf drei gehst du auf deinen Dingster und ich auf meinen Dingster. So, meins ist das hier. So, das ist meins. So, das ist meins. So, das ist meins. Das ist meins. Meins geht er weg. Das ist seins. Das ist seins. Geh da hin. Da hin, Enzo. Da hin. Da hin. Wunderbar. Und, äh, warte, ich mach nen Couter ran. Hier, exact. Und. Zwei. Eins. Und schnell! 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 Enzo, lauf! Oh fuck, ich bin zurückgelaufen! Oh fuck, ich bin zurückgelaufen! Oh fuck, ah ne, erst oben in die Tür läuft. Oh, Alter, bin ich dem nicht, Mann. Na, Schluss, Lauf! Enzo sagt gar nichts dazu! Enzo, bist du noch da? Enzo? Ja sorry, ich hab mein Headzeit aus Versehen rausgezogen so halbwegs! ah fuck fuck fuck, ich werd, ah fuck die Böse, scheiße oh alter, das sieht ziemlich böse aus eigentlich so ja, weiße wozu ah hier weiter weiter geht irgendwie nicht warte mal, ich hebe dich mal in die Hand hier Enzo komm mal wieder her, komm mal wieder her schieb mich mal hoch und jetzt bete und hoffe für mich wuhu, ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch ich bin durch den mag ich dich wie kein äh, den mag ich wie kein ja, fuck, keine Ahnung mag ich die Fiek, wie noch ja, klatsch da nochmal gegen, vielleicht geht der die Tür dann auf ich bleibe meine Tür, das ist ja schnell durch ja, komm mit, komm mit ja, geht nicht keine Tür für dich ja, komm Kordel oder so im Moment ich kann hier drin keinen setzen, das ist bescheuert ja, das ist warte mal mach mal wieder auf, ich fühl mal wieder zu dir lass mich hier raus Hilfe 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 lass mich hier raus nice danke ähm wir haben auch ein bisschen die Decke hier zu hoch das macht dem nicht voll keinen Sinn äh also das ist strange ja das überfordert mich auch gerade irgendwie ein bisschen brauchen wir vielleicht irgendwas von da drüben den Würfel den Würfel den Würfel den Würfel Enzo hol den Würfel raus ich schieße da ein paar Teile hier hin du brauchst den Würfel ok den Laserwürfel da genau und da ist auch ein schönes blaues Portal und dann bist du hier wunderbar und dann genau dann äh machen wir das einmal auf fuck wir haben hier nirgendwo einen im Boden ne kannst du den da reinwerfen kannst du den da reinwerfen ja gerade eben hast du fast geschafft äh warte 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 ich hab's doch da ja wir müssen den Fallsatz wir nutzen die Fallzeit ich tu den hier rein uuuuuh ok ja hau rein ah fuck er ist da nicht gefallen ich versuche es auch mal ich versuche es zu machen leider steht ah fuck fuck Hilfe ich ja nein ich hab mich nochmal umgedreht das war mein Fehler ich hätte einfach vertrauen sollen dass das funktioniert das war dem die von mir niemals umdrehen Kim niemals umdrehen niemals umdrehen unversteinert ah fuck nein ich will doch auch nur durch die Tür durch warum lass die mich nicht rein kennst du da noch so cool als Türsteher ja so ein Leid kommst du da heyho ich hab's doch nicht geschafft ja entspann dich doch mal mein Freund meine äh 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 jetzt kommt erst mal eine Offroad ich glaube ich glaube ich habt ihr doch angedeutet oder nicht ich weiß es nicht ich hab nicht aufgepasst ihr habt euch eine Auszeit von den offiziellen Teststrecken verdient so ah ok das ist sehr nett und jetzt hier 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 für diesen Test müssen wir nur noch die Projektpläne finden keine Aufregung sie nützen niemandem sie sind völlig langweilig und wertlos dies ist ein Experiment um herauszufinden wie viel Denkzeit ihr für die wertlosen Dokumente verschwendet die richtige Antwort lautet 0 Sekunden ok irgendwie gefällt mir dieses Regie überhaupt nicht also diese Anmoderation war jetzt einfach so motiviert ich hab keinen Plan was wir machen müssen wo wir müssen also hier ist ein Scheißer wir könnten uns erstmal umschauen man kann zum Beispiel hier runter aber wie weit kann man hier runter oje ah da da kann man sich jetzt und dann warte mal so gut dass man eben proper hier macht bäh so und dann wollte oben noch was ja mal diese Klappe diese Seite sieht die so schön so ich hab irgendwas gedrückt ich hab irgendwas gedrückt so so jetzt ach so du hast ne ach so du hast ne und dann müssen wir Würfel fangen oder was ja jetzt geh du schon mal durch das Teil durch das andere nein nicht durch dasselbe nicht durch dasselbe nicht durch dasselbe du musst äh durch ach so wir können ja zwei setzen also warte ah ok ja ich geh zuerst aufwacken es ging nicht so gut warte ich warte so ich warte hier gib mir mal drei Sekunden sag ich mal drei Sekunden hinter mir oder vier ok und eins zwei drei vier oh da war da war da war ich hab ihn gesehen bei dir auf dem Bildschirm da war der scheiß Würfel und ging auf mein Liebes die Zeit hat gestimmt oder ja so ungefähr eins zwei drei vier drei zwei drei sehr schön ok jetzt musst du noch rausholen was du da hinten damit machen musst oder ach so gar nichts bitte nicht ja ok das ist ein Trio ich glaube das ist ein Trio das ist ein Trio äh was passiert dadurch der Ventilator stoppt und dadurch boah was das freut mich das ist überhaupt nicht wie so ein Portal ich kann hier gar keine Portale entschließen stehst du einfach nur so rum jetzt ist die ey wie soll ich denn ach so dahinten 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 oh shit oh shit oh shit oh shit oh fuck alter jetzt so warum weiß ich denn ja ich versuch sowieso ok also jetzt nochmal ähm da muss ich das hin glauben und dann äh wo sehe ich dein Spiel nochmal auf Y auf Y auf Y nein auf auf irgendeine Taste ich glaube auf Y ich glaube auf Y so jetzt nochmal hier und dann nochmal du stehst auch einfach so ganz gemütig boah alter willst du mich verarschen willst du mich verarschen dann hat das Portal irgendwie ein wieder nach links verschossen wo ich die hier jetzt rauskomme ja das habe ich gesehen au null weiß tja ich lebe ich kann meine Beine nicht spielen aber ich lebe und gehe jetzt ist das Portal noch da? hast du da drüben irgendwas? ne ich hab mir sehr eine Angst jetzt nö hier ist überhaupt nichts was zum geiler warte mal warte mal ich bin doch dumm alter so also meine Portale sind doch alle da also du kannst meine Portale nutzen und durch deine Portale den sonst dann halt anhalten ja zum Plan weiß bloß der wird jetzt irgendwo irgendein Laser hinschicken so will ich da drüben oder so? ne das sieht ziemlich daneben aus guck mal ob du auf die andere Seite von der Wand was hinschießen kannst naja sieht nicht so aus ne da kannst du nirgends nur was hinschießen aber da bin ich gut da drüben rumgeschaut ja ich habe mich einigermaßen gut hier drüben rumgeschaut und das sieht ziemlich allgemein vom ich habe hier nur so ein Neutralisierungsfeld und deswegen bezweifle ich dass hier noch irgendwas großartiges ist weil der Würfel hält sich nicht von alleine das ist zu gut äh hast du da irgendwas rumliegen worauf du die Würfel stehen könntest das wäre vielleicht auch ne Möglichkeit das wäre vielleicht auch ne Möglichkeit nicht dass ich wie wir wüsste und wenn ich den jetzt nochmal abhalte fuck vielleicht muss ich ja so ich lass ihn jetzt mal hast du deine Portale noch da? ja 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 sind alle ah ah ok ne aber du könntest ja mal durch das Feld durchgehen ok ok ah da ist er doch da ist der Laser der Laser links kommt ja schieß mal irgendwo hier in den Raum rein dann kann ich den gleich nachsetzen warte wunderbar der sitzt ja der sieht ein bisschen scheiße aus kann sich ein bisschen besser irgendwie halte den mal ja so da muss auch ein Laserstrahl rauskommen du bist ja danke ähm warum ist denn der so hoch? das kann ich nicht ausgleichen ja ne ne das war der Emergency Shutdown der ist aus der ist aus jetzt musst du einfach nur noch da und dann genau da und dann dann kommst du rüber wo das geht ah wo das hier wo lang geht hir geht's d d d d d d So, pu 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 pu? Sauber. Können wir hier zurück auf die Seite mal runter? Alter, sowas von Synchronisch. Ich komm mir gerade hier in diesem einen TCP-Game vor. So. Oh, wir müssen schon wieder so eine bescheuerte Disc finden. Wo ist die bescheuerte Disc? Ich will nur mal gucken, ob ihr irgendwas an der Wand stellt. Ja, bitte doch. Ah, passt sie. Aber ich muss mal rein die bescheuerte Disc. Auf jeden Fall. Ich habe nicht so... Heute mit unserem Let's Play Coop in Portal 2. Wenn es euch gefallen hat, dann liked das Video und abonniert den Kanal. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit übrig habt, dann guckt euch noch eins meiner anderen Videos an. Oder schaut einfach mal bei Ernstow vorbei. Der wird sich sicherlich auch über euren Besuch freuen. In dem Sinne einfach schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.